servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal what the fuck what the fuck einfach weggespalten wurden 115k 82k innerhalb von 0 sekunden geil 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 hat bock gemacht danke fürs spielen danke fürs video danke fürs reinschauen und ciao nein natürlich spaß ja das war ein sehr interessanter start ins video definitiv wir spielen heute weiter eine kleine runde remix und hoffentlich diesmal nicht ganz so bescheuert wie eben gerade ziel und zweck und sinn und weiß ich nicht wird es jetzt sein als nächstes den monka auf level 70 zu bringen es fehlt nicht mehr so viel ich habe zwischendurch noch mal ein bisschen weiter gespielt nicht überragend viel aber ein bisschen wir sind jetzt auf level 65 wenn mich nicht alles täuscht und das heißt wir sind wir sind ganz gut dabei also dauert noch einen moment leider aber wir kriegen jetzt schon mal hier diese diese wie nennt man es ihr wisst schon epischen fäden epische fäden holy shit das hat gedauert also wir kriegen die epic teile plus ja gut bonus ep ich habe halt nicht so hoch gesteckt das hatte ich ja schon mal gesagt also das plus was ich hier in erfahrung kriege ist nicht so hoch wie es sein könnte oder wie es vielleicht sogar ideal wäre macht jetzt aber auch nichts ich habe nicht vor da dran was zu ändern für die letzten level ist es mir jetzt ehrlich gesagt komplett schnurz piep schnipsi egal also fuck it an der stelle nehmen wir jetzt einfach alles so wie kommt und ballern jetzt halt hier einfach fleißig ein bisschen weiter durch in der hoffnung dass es schnell geht und in der theorie kann man aktuell es ist nicht ganz ein dungeon ein level ich würde sagen ein dann schon dreiviertel level so um den dreh plus minus wir haben auf jeden fall auch gelernt man sollte den mobs nicht zu sehr als cd in die augen schauen sonst tut es richtig weh also da versuche ich mich jetzt dran zu halten nichts ist so toll scheiße soll ich wahrscheinlich auch warum tut auf einmal alles so weh das hat es vorher doch nicht ich fühle mich verraten ich fühle mich sehr verraten und ich hätte eigentlich noch gerne mehr EP fäden aber auch die wollen gerade nicht so mit einem raschen tod ehren theoretisch müsste ich jetzt mal schwarz 26 zu 22 ja ne habe ich da bock das auszuwechseln ehrlich gesagt nicht wenn man ehrlich ist ups eigentlich wollte ich nur den einen nach vorne kicken und nicht den anderen noch nach hinten shit happens ich krieg schon wieder so auf warum flammenstoß scharlachroter läuterer hat mich einer von denen da die ganze zeit weggegrillt ätzend jetzt werde ich wahrscheinlich auch nicht gerätzt uh doch siehste man muss sich nur beschweren jetzt krieg ich wahrscheinlich auch keine eine million euro in den briefkasten ne klingeln geht nicht schade immerhin das hat geklappt und jetzt können wir hier noch den boss weg scheppern und dann hätten wir schon mal das geklärt äh wichtig noch zu erwähnen das ganze ist noch pre prepatch ich hatte noch nicht genug zeit das alles so zu timen um es während des prepatches aufzunehmen oder danach oder wie auch immer aber zack level 66 haben wir schon mal geschafft und jetzt meld bitte noch mal einer neu an natürlich nicht fuck off fuck off so damit machen wir nur einen hinten dran weil es so schön ist und irgendwie muss man ja auch mal vorwärts kommen ne ähm ich gebe zu es nutzt sich mit der zeit schon ein bisschen ab ne der ganze bumms also letzten endes mache ich ja nicht wirklich viel anderes außer die ganze zeit dungeons rennen und inzwischen habe ich die äh pandaria dungeons doch ja mehr als ausreichend gesehen so würde ich es jetzt mal bezeichnen wollen so könnte man es bezeichnen von daher bin ich da jetzt auch nicht so böse wenn man die nicht mehr spielen muss trotzdem bleibe ich dabei Remix war eigentlich ziemlich cool also oder ist ziemlich cool habe ich so an und für sich wenig dran zu meckern außer halt es wird hinten raus ein bisschen repetitiv ich könnte zwar auch anderen content spielen aber ja ich könnte es auch sein lassen habe ich ehrlich gesagt wenig lust drauf großartig zu questen oder sonst irgendwas zu machen muss jetzt nicht sein so drei ihr seht es hier 73% der EP die für level 100 äh 100 die für level 70 benötigt werden hammer jetzt das heißt einen kleinen weg hammert durchaus noch vor uns also ja das das letzte stück ist ganz gut zäh wenn man das so sagen darf und wir kriegen hier noch ein epischen raus das ist gut ich weiß meisterschaft ist jetzt nicht so stark für den monk aber fuck it sockeln wir jetzt trotzdem mal rein und abfahrt währenddessen lassen wir die mal killen ehrlich zu sein mach ich hier gerade nicht mit weil dieses event was als nächstes kommt ist absolut fürchterlich das geht mir total auf den sack das ist eines der schlimmsten events im ganzen spiel also so in game events die sich da abspielen ich weiß nicht warum aber das weiß ich nicht es nervt mich total wie die da alle einer nach dem anderen rangejumpt kommen und am liebsten würde ich da einfach weiß ich nicht einen Sternenregen reinlegen und alle auf einmal töten das wäre in meinen augen die gerechte form damit umzugehen aber gut aber gut man kann nicht alles haben dementsprechend müssen wir die shadow pan novizen einen nach den anderen besiegen wir töten sie ja jetzt nicht weil verdient hätten sie es dafür dass sie einen so lange hier aufhalten geduld habe ich auf jeden fall schaden nicht da braucht man sich auch nichts vormachen gegenüber den anderen ich habe jetzt auch hier bin ich ehrlich überhaupt nicht danach geguckt welche steinchen ich sockeln sollte also tüftler sockel und sonstiges ich nehme einfach wie bei der wie bei der eule quasi ich nehme einfach das was ich glaube was cool ist ähm und tatsächlich sind das immer dieselben steine von daher weiß ich nicht wie gut jetzt hier meine wahl war oder wie schlecht ist mir aber auch vollkommen wurscht auf 70 kommen wir auch so und der Rest fuck it relativ relativ egal so jetzt labert ihr da nicht mehr rum kommt runter wir haben alle keine Zeit wir haben doch alle keine Zeit ja hier schön am beten alle so lobe ich mir das und jetzt gibt es richtig auf die Schnauze aber ich muss tatsächlich nochmal sagen die Spielweise des Windwalker Monks finde ich echt ziemlich witzig also dadurch dass man eigentlich ja immer eine andere Fähigkeit drücken sollte als zuvor es spielt sich sehr wie soll ich sagen abwechslungsreich würde ich es jetzt mal behaupten also da gibt es wenig zu meckern und ich hatte es ja schon mal gesagt in dem Video in der Alpha von The War Within hat er sich tatsächlich ziemlich cool gespielt also auch da wenn ihr Bock da auf ein Melee habt probiert es vielleicht hätte ich da nicht sofort angreifen sollen aber wenn ihr da Bock drauf habt probiert es probiert es ruhig mal aus es ist definitiv interesting kann man sich mal geben gibt schlechtere Meleys würde ich behaupten und das sage ich der Meleys absolut scheiße findet ich werde euch geistige Macht zeigen come on ach komm mach nicht diese stirb einfach Bruder und zack und tachi tachi und stirb aber der stirbt ja auch nicht richtig ne jetzt jetzt kriege ich wieder überhaupt keine Fäden hier von wegen Bonus EP nicht dass das jetzt super krass wäre aber 7% sind 7% die würden schon ein bisschen helfen ein bisschen aber nö Spiel sagt auf gar keinen Fall Bruder jetzt kommt wieder der Pull bei dem ich mich sehr gerne auf die Schnauze lege als hätte ich es nicht geahnt die Leute pullen hier einfach halt so gerne alles zusammen und ich kann meine Wichsgriffel nicht still halten und muss muss da quasi reinblasten und dann sterbe ich auf dem Weg dahin immer das hat doch einer Dude der Dexter Remix ja okay passiert leider recht häufig hier an dieser Stelle aber was willst du machen ne wenn Hank sagt go wir gehen da durch dann gehen wir da durch es war auf jeden Fall ein interessanter Dungeon mit noch mehreren Toten zwischendrin die würde ich jetzt mal sagen relativ vermeidbar gewesen wären allerdings ist hier und da der ein oder andere mal weggeklappt gut kann man jetzt nicht ändern aber wir haben es zum Glück immerhin noch hier durch geschafft das ist die Hauptsache und jetzt noch den Endboss klatschen verderbter Taran zu und dann ist hier auch Schicht im Schacht und wir dürften Level 67 sein und dann fehlt nun wirklich theoretisch nicht mehr viel wahrscheinlich werde ich es nicht auf Level 67 schaffen das ist bitter können zwar jetzt die Truhe öffnen keine Bonus EP sehr bitter und natürlich reicht es nicht oh boy fuck off nun denn dementsprechend sind wir jetzt gesehen es waren jetzt glaube ich 8 Balken die ein Dungeon gebracht hat dementsprechend reicht das nicht so gut um damit voll zu leveln heißt wir werden in oder sobald der Pre-Patch draußen ist werden wir noch ein gutes Stück leveln müssen wobei die EP wird ja dann quasi halbiert oder sogar noch weniger die ich benötige in diesem Bereich Level 60 bis 70 also ähm da passiert dann schon ziemlich viel nochmal und von daher ist dieser Chart dann so gut wie Level 70 damit ist es jetzt halt 66 well kann man nichts machen nochmal kurzer Einblick auf die Mounts die ich alle habe das ist das einzige was mich gerade so richtig interessiert äh da fehlen noch 5 Stück hier 4 für ne 3 für 18 7 2 für 38 5 und noch hier mal 1 für 38 5 also 120 plus 3 mal 20 sind auch 180.000 Bronze die ich bräuchte um den ganzen Scheiß zu kaufen ist möglich da ich noch 3 Charts leveln will könnte mal hinkommen allerdings äh muss ich mich sputen würde ich mal behaupten und damit danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten Video habt eine gute Zeit reingehauen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal